Zwei Wertungen, Nishikawa am Rek 9,75 und Mike Pelle die bis zur höchste Note 9,90. Vielleicht jetzt übertroffen sogar von Marius Germann aus Rumänien, der die Bronzemedaille gewonnen hat in Seoul bei den Olympischen Spielen an diesem Gerät. Der absolute Höhepunkt der Olympischen Spiele im Männerturm. Ein schwieriges Programm hat er. Ist er zwei Monate nach den Olympischen Spielen noch so in Form, dass er alles zeigen kann? Wir werden es erleben. Schwieriger Beginn, Drehungen in der einahmigen Riesenwelt. Und Achtung, jetzt die Vorbereitungen. Gingersalto mit zusätzlicher ganzer Drehung um die Längsachse. Höchstschwierigkeit. Erster Teil. Jawohl. Der sogenannte Winkler-Salto. Salto vorwärts gestreckt mit ganzer Drehung. Ja, zweite Höchstschwierigkeit. Und jetzt noch der Abgang und Stehen. Doppelsalto mit Doppelschraube. An den 9,9 war es mit Sicherheit auch. Viel Beifall der etwa 5.000 bis 6.000 Zuschauer für diese gelungene Übung von Marius Germann am Rekt, den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele. Schauen Sie hier noch einmal. Der schwierigste Übungsteil der Gingersalto mit einer zusätzlichen ganzen Drehung aus der einahmigen Riesenfelge. Dann hier dieser Salto gestreckt vorwärts mit ganzer Drehung zum Wiederfassen. Marius Germann aus Rumänien. Marius Germann aus Rumänien. Marius Germann aus Rumänien. Marius Germann aus Rumänien. Marius Germann aus Rumänien.